Servus Freunde und willkommen zu einem neuen Video. Heute kommt der erste Stadion Vlog, weil ich bin dabei beim Match Österreich gegen Schottland im VIP-Bereich. Bin sogar eingeladen und das ist die erste Erfahrung in einem VIP-Bereich. Österreich soll einen guten VIP-Bereich haben, also schauen wir uns das einmal an. Bis gleich. So Freunde, wir sind jetzt angekommen im VIP-Bereich, alles nur wegen dem Mann da drüben. Danke Julian, gell? Ja gebe Thrusse Ereignisse bei den Kruzlager. Und über 50 kmsk. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.